Ich sitze nicht um 7 auf dem BMW Ich sitze im Vierer in der S-Bahn mit den Jungs, dreh mein Video zur EOT Und alles wird grad riesiger als eh und je Auf meiner langen Liste hab ich viele neue Pläne stehen Guck wie wir die Wege gehen, es in der Waage halten In deinem Kopf entstehen Krisen, große Fragezeichen Wieso rappt er gerade einen Part, der jeden meiner Art übertrifft? Auf einen Beat, der wie ein Schlag ins Gesicht sitzt Und ihr fragt wer es ist, Beetle Cruise, diese Crew ist euer Lieferzug Die Nummer 1, wenn ihr echten Rap mit Liebe sucht Wir produzieren und teilen ihn wie die bis gut Ihr seid alle mit von der Partie Ihr seid sowas wie der Motor dieser Hitmaschinerie Das Licht für unser Team und die Motivation Der Beweis dafür, dass jede Strophe sich lohnt Ich sitze nicht im Diebener von BMW und nein, auch nicht im Audi A8 oder im Mercedes AMG Aber das ist okay, das ist nicht das, was ich brauch' Diese Status-Symbole sind nicht mehr als Schall und Rauch Überleg doch mal, die bringen kein Geld ins Haus Selbst mit diesen Dingen hat man sich ein Loch in den Bauch Das sind Träume und Wünsche, Gedanken und Hoffnung Arbeite hart, dann stehen dir alle Türen offen Und dieses Team, das hinter mir steht Wird auch dich unterstützen auf deinem steinigen Weg Liefert dir in schlechten Zeiten gute Musik Und hofft, dass du zumindest ein paar Probleme besiegst Denn sie machen es mit und vor allem aus Liebe Zum Detail und mit mir zu Neigung als Haustiere Sie haben den Track erst raus, wenn er wirklich perfekt ist Also lausche den Tracks, den Beats und check diese Message ens Community Stern Und das habe ich mich gesteigert und beachten ein paar Videos Ich darf mich weiterpty einfach